So, jetzt Level 20. Ich hoffe mal, ich verkack, weil das kostet richtig Zeit. Ich hoffe, ich verkack hier nicht bei Rave oder so. Aber ich meine, auf Forscher sollte das kein Problem sein. Auf Extrem, weil das teilweise auch so schnell ist und ich dann nicht richtig erkennen konnte, ist das jetzt links, rechts, mit Dreieck oder Kreis. Das fand ich ein bisschen nervig. Man kann es ja theoretisch auch mit Slow-Mo machen, aber habe ich ja auch nicht gemacht. Die Zeit. Ja, checke ich jetzt gleich. Also, Powerpux hatte jetzt bei Level 20 am Anfang 4 Stunden 17. Ich schätze mal, ich werde dann irgendwas mit 4 Stunden. Ich denke mal, ich habe dann wahrscheinlich 4 Stunden 35 oder so. Ist aber auf jeden Fall gut. Mach mal. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie im Vorfeld Schiss oder so, dass ich das nicht schaffe. Ich bin eigentlich, mag vielleicht irgendwie ein bisschen angeberisch rüberkommen oder so, aber naja, ich weiß nicht, wie soll ich das anders sagen. Ich bin eigentlich direkt von Anfang an mit der Einstellung dran gegangen. Das schaffe ich, weil, keine Ahnung. Uncharted war jetzt nie so ultraschwer. Vor allem so eine Trophäe jetzt wirklich schwer zu machen, dass es knapp ist, wäre ja wirklich ultra-assi. Wenn man dann 6 Stunden umsonst spielt. Ja, 4,31. Das heißt, ich bin immer noch 14 Minuten langsamer als Powerpux. Okay, da scheint sich Zeit zu kennen. Vielleicht kommen wir hier runter. Ja. Sicher wie alles auf dieser Insel. Okay, wir kommen Ihnen näher. So. Ich gebe mir die Magnum. Oh, hier macht es eigentlich manchmal auch Sinn, die Sniper zu nehmen oder so. Aber mit Magnum geht das auch. Alles wunderbar. Ich glaube, hier muss man auch alle töten. Aber das ist ja eh kein Problem. Das sind die Fässer, die wir dann wieder analysieren. Jetzt kommen da von hinten die Typen mit der Minigun. Wenn auch absolut kein Problem. Oh, vielleicht. Antwort. Vielen Dank.